na dann gehen wir mal raus hier mein problem wäre gelöst die sache mal genauer an wenn dem so ist hätte ich jetzt ganz gerne die kombination werte damen oh guck mal ist das nicht schön hier das ist hey it is hey it is it's that scroll person again how are you a self brutish friend and get his vittles today yeah time enough for that uh i need the combination thanks oh no 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 you don't you don't seem to understand yes you don't understand us we can't go about giving away classified information like that just to anybody wow we will open the safe won't you ladies hmm leave the boat na gut wenn ihr meint darf ich erstmal wir machen das erstmal so zack prima na guck mal wer einer an na guck mal wer einer an wenn das mal keine kombination ist wenn das mal keine kombination ist okay und tschüss na wenn da mal nicht viel drin ist ja na dann so open ja was ach falsche taste entschuldigt wieso 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 schießt du nicht au mist boah da jetzt vier treffer zu landen das wird lustig okay wo ist das e da ist das e oh das war viel zu hoch ich glaub's ja nicht wie hat der mich denn jetzt bitte getroffen boah das wird nicht leicht oh ne dafür bin ich nicht gemacht das ist echt ein geduldsspiel hier jedes mal jetzt erstmal wieder mit der höhe rausfinden Mist das hat nichts mit dem gamepad zu tun es wäre halt ein fadenkreuz wäre ganz schön mit einem fadenkreuz hätte ich das ein bisschen leichter gut ach guck du mal wie tief ich da zielen musste das siehst du das kannst du so gar nicht sehen ey das wäre jetzt zum beispiel ich glaub ich muss jetzt wieder ich kann jetzt wieder maximal so ich müsste jetzt etwas zielen was das ist also guck du mal es ist das ist wirklich nicht leicht zu sehen also das äh ich finde eigentlich dass ich viel zu niedrig ziele trotzdem war das jetzt fast die richtige höhe es war nur ein bisschen zu niedrig so so okay Und hier muss ich jetzt wieder ziemlich niedrig zielen. Erst mal warten, bis es an dem U vorbei ist und dann mal probieren. Ah, shit. Yes. Dankeschön. Was eine schwere Geburt. Yippie. Ah, ist unser Conker nicht niedlich. So. Au. So, erst mal hier durch. Oder? Nee, nee. Nee, 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 nee. Genau. Erst mal Luft schnappen. Überall, wo man Luft schnappen kann, sollte man auch Luft schnappen. Ist hier noch was? Jetzt wird es aber also ein bisschen eng. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Das wird ein bisschen sehr eng. Nein! Oh, 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 oh! Oh, das darf nicht wahr sein. Wenn man nicht weiß, wo man hin muss, ist das echt böse. Jetzt sind wir wieder wirklich hier am Anfang. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Dass wir jetzt nochmal hier starten. Au! Ich weiß nur, dass es definitiv nicht gut sein kann, dass ich jetzt schon wieder Energie verloren habe. So, der schwimmt jetzt da durch. Was passiert mir, wenn ich jetzt hier durchschwimme? War ich schon mal auf dieser Höhe hier? Ah, oh Mann! Nein, nein, nein. Ja, so etwas habe ich auch gesagt. Und zwar, zu Recht. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss, was ich machen muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sollen wir es nochmal mit Blau versuchen? Blau hat uns eben getötet. Wow, wir sind vorbeigekommen. Ich schwimme erstmal hier hoch. Aber hier war ich doch auch schon. Was kommt mir auch so bekannt vor? Was kommt mir auch so bekannt vor? Scheiße, wo kam ich jetzt her? Kam ich da unten aus dem Grünen jetzt raus? Wir sind doch in Blau reingeschwommen. Wieso bin ich dann bei Grün rausgekommen? Ja, dieser scheiß Seeschrein da. Äh, Seeschrein? Was? Seeschrein war Twilight Princess. Schädelbuchtempel. So, dann wären wir wieder hier. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wozu die Lampe gut ist. Projekt Abbruch. Ja, unbedingt. Eher, äh, eher Komplettlösung anschaut oder so. Weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh, shit. Ah, habe ich gar nicht auf meine Luft geachtet. Naja, was soll's. Irgendwann muss es ja mal zu Ende sein. Was mache ich denn jetzt? Schau auf Spieletipps nach. Ja. Das ist auf jeden Fall... Ne, ich gucke jetzt wirklich mal auf YouTube, wie das... Wo ich da lang muss, wie das geht. Da ist ein Schalter, den ich nicht gesehen habe. Ich glaube es nicht. Ich bin jetzt da... Apropos Schalte. Hat Schalke eigentlich gewonnen. Oh, shit. Ich habe die Luftblasen nicht richtig aufgenommen. Au. Och nein. Na toll. Jetzt habe ich direkt ein Handicap. Jaau. Oh, habe ich jetzt ein Riesenhandicap sogar. So. Schwimm du erst mal raus. Ich kann dich sowieso nicht mehr anleuchten. Ah! Wieso hast du mich gesehen? Oh, läuft das beschissen jetzt. Du denkst, du hast die Lösung und dann scheiterst du an diesen Viechern. Oh, halt, 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 halt. Was mache ich denn? Was mache ich denn für eine Scheiße? Oh, das war knapp. Oh, Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja! Klappt. Lass mal hier hoch. So. Schillt hier hin. Ja, komm, also den kann man wirklich schon mal übersehen. Den kann man wirklich schon mal übersehen. Was ich jetzt natürlich nicht zu Ende geguckt habe, ist, wo war das jetzt nochmal? Oh, wir werden es finden. Etwa hier. Hier gab es ja auch noch gelbe Eingänge. Oh! Oh! So. Ah! Ach. So. Jetzt keinen Fehler mehr machen. Ah! 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 Ja, unbedingt VR-Brille. Ich bin eh schon Motion-Sickness-Hawk. Ach Gott, wir haben es echt geschafft. Oder? Warte mal. Hä? Sind wir hier nicht? Sind wir hier richtig? Ne, wirklich richtig. Das sieht mir so... Okay. Ah. Oh Gott! Was für eine Quest, oder? Ja? Ahahahahaha! Hahaha! Ach! Ops, ops! Ah, da, 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 da! Hey, this is a neat choice! Ja, that's great! Give me some of that! F**k off! Give me another time! F**k off! Hahaha! Ja, hey, hey! Hey, don't look down! Don't look down! ein bisschen ich auch habe ich auch